Ja, hi Leute, ich wollte mir noch ganz kurz Ankündigung machen, das wird jetzt auch nicht lang sein, ich werde jetzt streamen und zwar, ja jetzt 21.40 Uhr, heute, den 7.05.2016, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und dann sehen wir uns später nachher im Stream, bis dann!